so willkommen zurück zu farm manager 2018 wir haben ein kleines problem die kredite die wir laufen haben sprich hier einmal über 200.000 über 50.000 zahl ich monatlich das bedeutet ich zahle knapp 20.000 kreditrate plus meine arbeiter die noch mal 8000 kosten bloß noch mal 2000 für unterhalt von gebäuden habe ich laufende kosten monatlich von knapp 30.000 im winter stehen demgegenüber die gewinne von der windkraft und die ziegenmilch sonst nichts weiter und das heißt am ende des winters habe ich derartig viel minus dass ich mich entschlossen habe noch mal den kredit aufzunehmen über 100.000 was kosten windräder kosten 60.000 ok ich nehme ein kredit über 500.000 auf wo meine güte auch darf ich nicht nehmen okay dann nehme ich den baue ein windkraftwerk noch so so jetzt haben wir ein klein wenig mehr einnahmen durch die windkrafträder und noch mal ein bisschen mehr puffer um die kredite zu zahlen heißt natürlich dass ich jetzt noch mal pro monat 10.000 mehr für kredite rechnen muss oh gott oh gott oh gott gänse wollt ihr mich verarschen nachbarn beweise dass du die kredite rechnen kannst du nicht mehr so moment boom pause wenn ich die alle verkaufe kann ich im kleinen hühnerstall gänse halten könnte ich wie viel würde ich bekommen 5000 gänse können nicht viel kosten ich verkaufe alle proteine gänse tier ich hätte gern gänse kaufen ich hätte gern gänse wie viel muss ich züchten Fünf Gänse. Okay, ich habe jetzt gekauft. 22. Ja, das reicht. Was mögen die denn? Weizen, Mais, passt. Ja, lass mal laufen. Kriegen wir vielleicht mit Gänse ein bisschen Geld rein? Oh Gott, was habe ich jetzt gezahlt? 30, 20 Gänse macht 600 Euro. 600 Euro. Vielleicht kann ich dann auf Hühner umsteigen. Dass ich irgendwie durch die Eier noch ein bisschen Geld verdiene. Eier, mal sehen. Ach so, ähm, Folgennummer weiß ich nicht, aber es steht ja im Video, beziehungsweise im Namen vom Video. Ach ja, und als Szenario spielen wir in Vino Veritas, aber im Winter wächst halt nicht besonders viel Wein. Und die letzte Ernte habe ich zum größten Teil hier in unserem Lagergebäude verrotten lassen. Deshalb haben wir halt diese kleinen Probleme im Moment. Und... ...fünf Gänse kommt. Gänse, Gänse, Gänse. Gänse, Gänse, Gänse. Okay. Ähm... Von 22 geht's auf... ...25. So. Fehlen uns noch drei Gänse. Dann hätten wir die Wette gewonnen. Und bekommen nochmal ein bisschen Geld rein. So. Monatswechsel steht auch gleich an. Oh, ich kann richtig beschleunigen. Sehr gut. Ah, ich bin so extrem vergesslich. Die Maschinen brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Die könnte ich verkaufen. So. Nein. Gänse gezüchtet. Erfolg. Jawohl. Hier. Hier. Gänse gezüchtet. Verkaufen. Verkaufen 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 Und den Traktor brauchen wir auch nicht mehr. Verkaufen Parkplatz So, das heißt Geld gemacht Ich verkaufe jetzt mal die Gänze Gehe auf Hühner Die fressen Weizen und Mais, das passt Dann würde ich Mais sogar erhöhen Kaufen Sechzehn Ok So, da sollten wir jetzt Demnächst bald ein paar Eier bekommen Oh Gott Jetzt muss ich mal kurz Pause machen Oskar Oskar Komme ich noch einen anderen Oskar hier Gras Ich dachte ich hätte mal Gras gekauft Krass Krass Kaufen So, jetzt sollte bald genug Nahrung wieder für die Ziegen da sein Beschleunigen Beschleunigen wir mal Jetzt Müsste ich hier dann demnächst Eier reinbekommen Gras wurde geliefert Hühner 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 Sollten die Eier von alleine raus gehen Sollten die Eier von alleine raus gehen Sollten die Eier von alleine raus gehen Sehr gut Sehr gut Ähm Hühner 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 Krass Kreditrate Warte Profit Windkraft Profit Okay, das war ja mal extrem viel Traktorerlös Ich könnte im Grunde Hühner Komm Lass mal einfach laufen die Kredite Windkraftwerk macht richtig Geld grad Hühner 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 36 Stück Das ist echt noch nicht so viel Hühner 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 Ganz kurz beobachten Wenn die nächsten Eier verkauft werden Hühner 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 Musker Feb 2020 Hühner Hühner 129 Eier. Wollen wir mal schauen, wann die abgeholt werden. 129 Eier. So, der bringt neue Eier. Knapp 200 Eier aktuell auf Lager. Oh, das sieht doch aus wie ein Fahrzeug das Lieferung holen möchte. Eier? Nein. So, und dieses Fahrzeug will auch keine Eier holen. Mittlerweile über 200 Eier. So, 28. Februar 2020. 20 müsste ein Schalkjahr sein, also müsste es ein 29. Februar geben. Und... 29 ist auf jeden Fall, jawoll. 224 Eier. 256 Liter Ziegenmilch. Nochmal 66 Eier dazu. Okay, Eier wurden verkauft. Wir haben geringfügig Miese gemacht. Aber jetzt auch nicht so sehr. Hühnerei 700. Ziegenmilch. Windkraft Profit. Okay, Windkraft macht ja jetzt grad sowas von Geld. Dann packen wir noch ein Windkraftwerk hin. So, und es wird dann Frühling. So, jetzt im Frühling kommt dann vielleicht nicht mehr ganz so viel rein. Müssen wir abwarten. Noch wird hier als Winter gezählt hier. Enten. Verkaufe. Enten. Kaufen, kaufen, kaufen. Verkaufe. Achtmal Enten. So, ich habe jetzt 10 Enten. Jetzt verkaufen. Verkaufe. Jetzt habe ich die Enten wieder verkauft. Jetzt kaufe ich wieder Hühner. So, so macht man auch Geld. Einfach. Einfach den Nachbarn verarschen. Ach. Eier verkaufen. Eier verkaufen müsste automatisch immer noch laufen. Puh! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da So, bald wird's wieder warm, dann kommen meine zwei Imkereien noch zum Profit mit dazu. Da muss ich eigentlich nur zusehen, dass immer genug Futter da ist. Ansonsten, ja, läuft das. Es kann nichts mehr schief gehen. Deshalb beende ich jetzt mal hier die Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Ich werde hier auch erstmal eine Pause machen und das Spiel abspeichern. Tschüss, ciao, bye, bye.